Der Beginn unserer Skifahrt ist in Scherling, der schönsten Barockstadt Österreichs. Wir fahren halt da durch die Ausläufer des Natur- und Landschaftsschutzgebietes, Europareservat und Terin. Vor allem diese Strecke von Scherling weg, durch Indurchbruch bis kurz vor Passau, einmal ein Highlight nach dem anderen. Wir fahren vorbei an vier Burgen und Schlössern. Das schätzen die Leute sehr. Ich bin damit zufrieden. Es freut mich, wenn ich alle zwei Stunden, drei Stunden neue Gäste habe, der sagt Hallo, ich bin schon ziemlich weit gereist in Europa. Also mir gefällt am besten die Herausforderung des Inns. Der ihn, der Gewaltige, der Schäumende, unberechtbar. Er muss wieder leben. Dagegen ankämpfen ist ein Blödsinn. Das gelingt er nicht.